Okay, ich werde den Strom abschalten. 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 Er ist runtergestürzt und die Beise haben ihn dann erledigt. Er ist für eine Weile tot. Was ist mit den anderen? Ich werde den Strom abschalten. 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 Es gab einen Unfall und wir brauchen Hilfe. Ich weiß nicht, wer zuhört. Es gab einen Unfall und wir brauchen Hilfe. Ich weiß nicht, wer zuhört. Daher kann ich nicht ins Detail gehen. Bitte komm. Ich weiß nicht, wer zuhört. 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 Hier spricht Zerev. Offenbar haben wir keine Alternativen mehr. Vor zwei Wochen fiel Hanson vom Gerüst, nachdem er das Sicherheitssystem eingeschaltet hatte. Zum Glück musste er nicht lange leiden. Aber jetzt steht das Gebäude unter Strom und wir sitzen hier oben in der Falle. Niemand hat auf unsere Hilferufe geantwortet und uns in die Vorräte ausgegangen. Jetzt haben wir nur noch das Zirkali, das Hanson dankenswerterweise mitgebracht hat. Wer Hanson kannte, den überrascht das nicht sonderlich. Angesichts der Lage haben wir uns alle für diesen Weg entschieden. Einige wollten zu Kannibalen werden, aber dann wären wir nicht besser als diese Beißer. Wir machen es lieber so. Außerdem war es nicht sehr schlau von uns, überhaupt hier oben zu landen, oder? Danke, dass Sie uns gefunden haben, wer immer Sie sein möchten. Tut mir leid, wie es hier aussieht. Zerev, Hassan. Jafar, ich habe den Rest der Gruppe gefunden. Sie sind alle tot. Selbstmord. Warum? Was ist denn passiert? Sieht aus, als hätte Hanson das Sicherheitssystem eingeschaltet und wer dabei zu Tode gestürzt. Der Rest der Gruppe saß danach auf dem Dach fest. Irgendwann gingen ihnen die Vorräte aus und sie beschlossen, ein Ende zu machen. Ins Gebäude konnten Sie nicht? Offenbar hatte nur Hanson einen Schlüssel. Er hat wohl niemandem vertraut. Stimmt. Hanson hat nie jemandem vertraut. Ah. Zu dumm, dass Sie ihm vertraut haben. Danke, dass du nachgesehen hast, Crane. Jafar, Ende. Und er hat sich nicht mehr Zeit und Messe hingясst. Das war es so. In der Nähe des Glähtsburgs. Und dann ab. Kommt. 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 Kommt.